Endlich hat das Warten ein Ende. Ende August verkündeten Pietro Lombardi, 30, und seine Freundin Laura Maria Rüper, 26, überglücklich im Netz, dass sie ein gemeinsames Baby erwarten. Während es für den DSDS-Juror nach Sonemann Alessio, 7, bereits das zweite Kind ist, ist es für die Influencerin das erste. Nun feierten die zwei Turteltauben eine große Gender-Reveal-Party und verrieten dabei, bekommen sie einen Jungen oder ein Mädchen? Auf Instagram lüfteten Pietro und Laura nun endlich ihr kleines Geheimnis. Sie teilten ein Foto, auf dem sie zusammen mit Alessio zu sehen sind. Die blauen Ballons auf dem Bild verraten, das Paar darf sich über einen Jungen freuen. Wir freuen uns unglaublich, eine Familie zu werden und dass Alessio einen kleinen Bruder bekommt. Dieses Glück kann man kaum in Worte fassen, schrieben die Turteltauben dazu. Wenige Tage nach der Baby-Verkündung im August hatten Pietro und Laura bereits durchblicken lassen, dass ihnen das Geschlecht ihres Kindes ziemlich egal ist. Hauptsache gesund, keine Frage, erklärte der Cinderella-Interpret seine Haltung und fügte hinzu, so eine kleine Prinzessin wäre schon schön. Mein Bauchgefühl sagt Junge. Mein Bauchgefühl Mein Bauchgefühl Untertitelung des ZDF, 2020